Wenn man über das Thema Scheidung spricht, dann verknüpfen viele das Thema Scheidung und das Thema Wiederheirat und sehen das als ein Thema. Dabei muss man ganz getrennt sehen, Scheidung und das Thema Wiederheirat. Und selbst wenn man die positiven Bibelstellen beim Thema Scheidung sich anschaut, dann muss man checken, dass man eigentlich rein interpretiert, dass das pro Wiederheirat ist. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass es erlaubt ist, sich wieder zu verheiraten. Selbst diese Ausnahme, dass ein Partner da ist, der zum Glauben kommt und der Ehepartner jagt ihn weg. Selbst dann steht er nicht und er darf wieder heiraten. Also wird immer oder von ganz vielen Scheidung und Wiederheirat zusammen verknüpft. Und das Problem ist, dass viele sich scheiden lassen, um wieder zu heiraten. Gerade Männer lassen sich gerne scheiden, um wieder zu heiraten. Und dass es in den Gemeinden so viel Scheidung gibt, ist einfach, weil diese zwei Bibelstellen gegen den gesamten Content des Neuen Testaments und gerade gegen, es steht in Matthäus 5, aber wenn man sich Matthäus 5 ansonsten anschaut, was da für herausfordernde Botschaften stehen, dann ist das alles schon sehr, sehr merkwürdig, in welcher Diskrepanz das zum Gotteswort ansonsten steht. Zum Thema Scheidung. Wenn sich Bibelstellen scheinbar widersprechen, würde ich jedem den Ratschlag geben, mit der engeren Auslegung auf der sicheren Seite zu bleiben. Selbst wenn Scheidung erlaubt sei, ist Gotteswort abweisend gegenüber Wiederheirat. Der Kontext in Gottes Wort ist klar. Es gibt zwei Bibelstellen im Neuen Testament, die pro Scheidung sind, nämlich bei Ehebruch. Steht hier in Matthäus 5, 32 und Matthäus 19, 9. Abweisend, ganz klare Aussagen gegen Scheidung sind Lukas 16, 18, Markus 10, 11, 12, Römer 7, 2, 1. Korinther 7, 10, 11 und 1. Korinther 7, 39. Dann gibt es Aussagen zur Feindesliebe, Matthäus 5, 44. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wie viel mehr sollen wir unseren Ehepartner lieben? Wir sollen siebenmal, siebzigmal vergeben. Wie viel mehr sollen wir unserem Ehepartner vergeben? In Malachi 2, 16 steht, dass Gott Scheidung hasst. Dann gibt es drei Bibelstellen, die beschreiben, dass die Ehe ein Bund ist. Man kann sich mit dem Thema Bündnis beschäftigen und sieht, dass das Bündnis auf Dauer angelegt ist und nicht auf Zeit. Und ja, das sind so die wesentlichen Punkte. Und ich finde die Herausforderung, wenn man sich Matthäus 5, 39 folgende anschaut, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und dann mal überlegen, ist wirklich Scheidung gewollt? Bei den ganzen Herausforderungen, was Gottes Wort sagt, wenn wir im Heiligen Geist leben, ist es dann gewollt, also für Menschen, die wirklich im Heiligen Geist leben, ist das dann gewollt, dass wir uns scheiden lassen. Ich kann es wirklich nicht sehen. Hier steht, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen wird, dem bietet er auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geht es bei. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.